Jetzt nicht mehr. Ich hab mich selbst abgeschossen, Mann. Warum? Ich hab mich selbst abgeschossen, Mann. Ja. Mutter Superheld. Das ist so einer, der sich selber verletzen muss. Wie Hulk. Oder sowas. Damit der überhaupt stark wird. Oh ne, das wollte ich aber nicht. Oh, so lag ne Banana. Ja, ihr überlegt. Ah, Christian. Peter. Peter ist doch auch kein deutscher Name. Nee, du bist dran, Christian. Okay. Mann, war das lustig? Was lustig? Christian. Hab ich auch gesehen. Der Feind kontrolliert zwei Zielobjekte. Angreifst du? Ich bin gerade gesporn und seh nix. Was soll das denn? Ich hab wir geholt. Wie ist es? Mann! Okay, du, Sepp, musst mir jetzt bitte beschreiben. In groben Sätzen, das reicht schon. Das ist gut. Was Hashtag Fluffygate war. Fluffygate, das war in einer Quiz-Show, in der ich glaube auch Jonathan und ich gegeneinander gerade angetreten sind, wo es in Harry Potter ging. Und der gute Fluffy, das ist dieser mehrköpfige Hund, von einer Harfe bzw. einem Musikinstrument betüttelt wird, dass er einschläft. Und da war die Buchvorlage abweichend zum Film. Wir hatten zwei unterschiedliche Antworten, die eigentlich beide richtig sein sollten, aber wurden nicht so anerkannt. Und das gab sehr viel Diskussion. Das ist vollkommen korrekt. Das war die richtige Antwort darauf, denn... Was? Ich wär niemals darauf gekommen, wer fucking Fluffy geht. Das war ein Riesending, Alter. Das war Brain Battle von Sepp und mir, glaube ich. Ach, das war genau richtig. Das war die zweite Ausgabe Brain Battle. Deshalb ist es ganz gut, wenn wir Schaum weg haben und Doktor und Papier, kann man Arztbrief halt nehmen. Easy Game. Aber wenn sie denn überhaupt zusammenfassen... Aha. Aha. Guck mal. Okay, Zahnpasta. Ja, okay. Also da denke ich natürlich, weil wir gerade irgendwie über Zahnarzt reden, macht er schon mal die Zahnpasta vielleicht bei der Wurzel. Wurzel? Ach, Jay, komm. Zahnpasta würde ich jetzt nicht unbedingt... Ich klicke es mal an, aber ich würde es nicht unbedingt als Schaum bezeichnen. Aber ich... Lass es dir vorgehen. Ich geh mal lang. Oh mein Gott, oh mein Gott. Digga. Geht ihr rutsch ab, warte. Irgendwo... Willst du mich verarschen? Der hat... Lol. Woran ist denn das jetzt gestorben? Ich hab getroffen. Galate da runter, Jay. Halt die Schnauze da. Ey, mach mal Alpha, schieß da oben die Insel weg, Jay. Wir knabbern uns die weg. Wenn du da oben drauf schieß, schieße ich auch da oben drauf. Man muss halt nur links machen. Nee, schieß da oben auf die Insel. Hätte Partygarten eigentlich auch gezählt? Partygarten? Wenn ich den finden würde, würde ich ja auch Sachen durchgehen. Ich würde die aber dann nochmal googlen. Ich war mir echt nicht sicher. Also wenn ihr... Wenn ihr aus... Zwei Heiler für einen Charakter. Kannst du ja auch... Aber der... Take it for Lull. Das ist ja aber... Boah, du gehst ja vorher rein. Alter, sie bist doch einfach vorgesprungen. Okay. Okay. Ich hab ja noch meine Fähigkeiten gut gelesen, da warst du schon drin. Ja... 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 Was ist das denn? Junge! Das ist doch kein Sniperkill! Als wäre Peter ein Roadkill gemacht. Junge! Aber der ist ja heute noch vorgelaufen, Peter, ne? Okay, fair enough. Man muss mir glaube ich einen Kill abziehen, aber der war jetzt halt... Der war jetzt halt schon nice. Also ist kein Sniperkill gewesen. Leute, die haben sich... Hahaha! Die haben sich direkt aufgebockt auf der Pipeline! Hahaha! Mh... Minus ein Leben! Lull! Oh! Oh, hier ist die Fahrt! Lull! Wie auf Schien, wie auf Carrera-Bahn jetzt! Hahaha! Ich enjoy that auch gerade! Hahaha! 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 Okay, Moment! So kurz, warte die anderen Fragen. Ey, dürfen wir... Du hast F2 benutzt, um da rauszukommen! Zu welcher Spezies zählt Ratchet aus Ratchet & Clank? Tja! Oh, das sagen die doch am Anfang! Chris! Zu den Furries! Hahaha! Hahahaha! 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 Ich würde gerade am trinken, Alter! Ich hätte gerade fast meine Cola hier verteilt! Hahaha! Hahahaha! Äh... Furries! Sind es ausnahmsweise nicht! Schade! Ganz wichtiger! Die Antwort ist leider tatsächlich falsch! Denn! Die richtige Antwort wäre gewesen... Main Battle? Ja, wäre auch meine Antwort gewesen! Okay, dann hättet ihr alle daneben gelegen! Mhm! Denn! 2018! Gewann in der Kategorie Bestes neues Format, die Goldene Emma, das Format, das Fischstäbchen lügt! Okay! Ach, dann war das der Anfang der Spielshows erst! Da hab ich noch nie von gehört, wenn ich ehrlich bin! Hahaha! Noch besser! Ja, du jetzt beschäftigst dich einfach nicht mit uns! Hahaha! Das ist halt die Frage, ne? Also wir haben uns jetzt auch dadurch, dass wir davor schon... Da wir direkt davor über diese Zahnwurzel gesprochen haben... Mhm! Wobei natürlich Wurzel auch zu Acker und Pflanze... Gut, ich sag gar nichts, ne? Ich... Ich... Ja, ja, ich... Taktische... Ist ja gar kein Problem! Du kannst mir gerne Tipps geben, aber... Wenn ich immer mit... Wenn ich mit Peter Ermittler spiele, dann gibt... Dann sagt der immer was total Smartes, aber das ist dann immer falsch! Oh! Der ist da immer ein ganz... Ne, bevor ich dich auf ne falsche Fährte führe, sag ich lieber gar nichts! Äh... Oh, können wir A lang gehen? Guck mal, wir gehen mit Pistolen A lang gegen die AWP? Ja, da steht... Das fehlt... Ach so, warte mal... Oh, warte... Ich hab vielleicht nen anderen Spot gemeint, aber... Dich haben wir leider... Oh! 225 Sitzungspunkte! Das ist richtig Asche! Da! Lass uns ein paar Wildsauen suchen! Moment mal... Fußspuren! Sehr alt! Okay, scheiße! Oh! Richtig, richtig schön! Richtig... Oh, lecker! Oh! Alter! Noch mal 225! Schmäh! Dann müssen wir jetzt den selber drehen! Fuck! Nein! Aber es tut mir leid, dass ich das probiert hab! Waaat! Jawohl! Alter! Wenn du dich nicht zurücksetzt! Natürlich fickt mich das! Warum, warum, A-R-N-G-Gott? Was soll das? Was ist los? Du musst auch das Timing richtig machen, Jay! Da kann der A-R-N-G-Gott gar nix für! Dann brauchen wir schon ein bisschen Skill für! Surprise! Muss ich mal kurz sagen, weißt du, sind alle... Es sind zwei Leute fast noch voll! Einer ist noch voll! Ich bin fast tot! Ja, Jonathan ist halt auch ein Arsch, ne? Ne, du! Ich? Du hängst da genauso mit drin, mein Freund! Ne! Du hast mir doch gerade... Du hast mir den gerade da runter geschossen, natürlich! Ja, aber nur weil der halt direkt neben mir stand! Da war kein anderer in der Nähe, Christian! Im Grunde ist ja völlig egal, aber das Ergebnis ist doch das gleiche! Ja, das Ergebnis ist das selber! Aber das war keine... Also ich hätte da jeden anderen auch in den Fokus genommen, Christian! Ja! Das lag nicht an dir! Ja, ja! Also wenn du jetzt einfach auf jemand anderen gehst... Ja, genau! Das war noch voll! Das war noch voll! Ich hätte da, dass du auf jemand anderen gegangen bist! Also ich hätte was anderes gehabt! In einem anderen Buchstaben! Bram hat stehen, Algast! Mhm! Altglas! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Christian hat drin stehen, Galast! Ich hab auch... Christian hat drin gestanden, glaube ich, Tal... Gar nix! Doch, du hattest Talglas drin! Ja! Also auch falsch! Du hast leider das Altglas nicht gesehen! Ha! 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 Ich bin in ihm gespawnt! So! Ja, nice! Ha! Wie viel hatte ich noch scheiß drauf? Ich hab mir den Flug jetzt doch schon ausgesucht und dann kann ich nicht können! Ja! Ja! Das war richtig für ihr! Wenn die K trifft, ne? Dann wummert die richtig! Hier warte mal! Ja! Ja! Jetzt laufen wir uns aber einen richtigen Spaß, diese Runde! Ha! 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 Was ist? Ha! Eine Banane! Die eine Runde ist einfach von der anderen Banane aufgekommen! Also nicht von deiner, sondern von der, die da rum lag! Wenigst nicht letzter! Ah, links! Ja, mach... Ach, war rechts! War rechts! War rechts! Ist okay! War einfach irgendwo lang! Und die kommen! Ah! Ganz schnell! Ich hab's versaut! Ich hab's versaut! Ich hab's versaut! Rechts, 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 rechts! Getroffen! Getroffen?! Ja! What?! Junge, wir nehmen mir jetzt wieder... Die Spitze schon wieder in den Rücken! Ja, ich hab das Gefühl, äh... Ich krieg hier sehr häufig in den Rücken. Ich glaube, ich bin auch schon sehr oft gestorben. Es sind 15 Stück drin. Wow! Oh, echt? Oh Gott! Wir haben einen richtigen Treffer! Dann ist 60 schon mal nicht schlecht! Wir haben einen komplett richtigen Treffer, der absolut korrekt ist! 15, krass! Dann 3x5, nicht 3x4! Es ist richtig... Brammen 48! Nice! Halt, bei 15? Ja, keine Ahnung, wieso die das bei... Hä? Wieso die nicht bei 60 sind? Aber... Ja, aber wie gehören dann... 15 und dann... Ja, dann haben die halt eine andere Einrichtung! Gott weiß der nicht! Ähm... Keine Ahnung! Okay... Aber... Kiefer, ja... Kiefer sind halt die Zähne! Boah! Das ist schon sehr schwer! Boah, das ist richtig schwer! Was halt eher wahrscheinlich... Du musst halt richtig hart abwägen! Was ist wahrscheinlicher? Dass du überhaupt Schaum als erstes genommen hast, das fand ich mutig! Hätte ich mich nicht getraut! Das war... Das war gut! Weil Sepp... Sepp ist halt... Sepp ist halt einer... Der... Der... Der achtet halt dann schon da drauf, warum du Zahn... Warum nimmst du Zahnpasta? Wenn... Deswegen hätte ich doch Zahn genommen! Ja! Wenn ich nicht an Pasta denke! Deswegen war Schaum wahrscheinlich schon... Ich drück jetzt einfach... Ene Mene Miste! Es rappelt in der Kiste! Sehr gut! Und du bist weg, Astler Kiefer! Ah! Das ist der Kiefer! Mega! Smoke ist doch super! Bist du grad durch die Smoke einfach gerannt? Natürlich! Ach, dann hab ich mir direkt nicht! Ist doch genau das, was... Die verarschen mich hier alle! Hallo? Nein! Stehen, du Arsch! Zwei Mal getroffen! Und da vorne steht einfach ein Reh! Bist du ne Puppe? Hohohoho! Oh mein Gott! Immerhin Dritter! Ram, wolltest du nämlich rein yeeten? Nein! Da ist der Bus! Jawohl! Oh rein! Kleinen Kakerlaken! Ja, dort deutlich vor Sepp! Deutlich! Wo kam denn der Bus da her? Wie viel? Drei Hundertstel! Ist das die maximale? Blicke nach vorne! Blicke nach vorne! Vielleicht nicht mehr! Das ist mein Loose gewesen, die Runde! Jetzt bin ich hart! Dann bleibst du noch mal liegen! Jetzt bin ich hart! Ja, da krieg ich noch einen drauf! Ja, guck! Das ist durch! Die richtige Antwort ist Kommandant! Kommandant! Genau! Hätte man drauf kommen können! Oh, kommandant! Alter! Das war schwer! Wo bist du? Ja, wir haben doch einen Dreifach-Kill! Mega! Und jetzt war noch einer! Ja! Yes! Let's go! Mega! Ich revive hier gerade jemanden! Mega, mega Schottsteinfeger! Oh mich? Dankeschön! Dann holen wir C! Haben wir gemacht! Ich gebe dir gleich noch mal! Wir binden den Namen! Deine Ahnung! Danke dimensions! Nein, das ist alles! Ganz ruhig! Và deine carther! Danke! 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 Danke!